Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir beginnen gleich mit Fastnacht. Dementsprechend gehen wir einmal kurz nochmal schnell durch die Challenge durch. Wir haben heute Is 5 mal Hundefutter, Goldstern, Bauer ein Bett oder Tisch oder eine Treppe in eine Werkstatt oder Camp. Is eine gekochte Mahlzeit im Camp eines Teammitglieds. Tritt einem anderen Spieler in einem Team bei. Töte Insekten, töte eine leuchtende Kreatur und erhalte EP. So, dann würde ich sagen, räumen wir mal kurz hier so zwei Sachen weg. Dafür müsste ich jetzt auf die Öffis gehen. Oh, verwerte zwei Spielbretter. Gar nicht mal so schlimm. Geht relativ schnell. Episch ist immer gut. Uh, erhöhe den Rang einer Skillkarte. Auch episch. Egal, gibt Punkte. Es geht mir hier nur um die Punkte. So, dann würde ich sagen, ja, Fastnacht beginnt gerade. Ich will aber nochmal schnell. Ne, ich will hier und so und so und so und dann sollte erst mal reichen. Gut, dann starten auch gleich Fastnacht. Ich habe hier schon ein bisschen was eingesammelt. Sowas wie Porzellan, Krüge und Co. Dann wollen wir mal gleich mit dem ersten anfangen hier. Heyo, heyo, jetzt ist fast nacht und Peter Jönfors muss gehen. Oh, oh, gehen. Heyo, gehen. Oh, oh, heyo. Die Kapelle ist nicht da. Oh, oh, nicht da. Oh, 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 nein. Oh, 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 heyo. Singt mit mir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, na dann wollen wir mal gucken, ob wir alle froh und munter heute rausgehen aus der Fastnacht. Weil bis jetzt ist mir ja nur das Event geblieben. Der Rest ist momentan für mich so ein bisschen demotivierend. Bis jetzt lief es noch nicht so, dass ich irgendwie was Gutes gekriegt habe. Oder irgendwas, was, sagen wir mal so, ich freue mich mittlerweile sogar schon, wenn ich irgendwas Neues kriege, was noch nicht released war. Das würde mir schon vollkommen ausreichen. So, aber jetzt gucken wir erstmal, ja, fröhlicher Bäcker. Ich habe leider keine Eier mehr. Ich habe leider keine Kröteneier mehr. Das heißt, wir holen uns mal welche. Sieben. Ah, nochmal sechs. Ne, wo sind denn die Nächsten? Nochmal sechs. Ah, hier. Und nochmal sieben. Jetzt reicht es definitiv. So, blups. Dann gucken wir mal, ob wir Bienen haben. Nein, Bienen haben wir nicht. Dann gucken wir mal nach Porzellan. Porzellan ist auch nicht. Tiergedäme hätte ich jetzt auch nicht vorbereitet. Aber haben wir gerade. Dekorationen haben wir auch nicht. Ah, Bienenwachs. Kann ich gleich abgeben. Woher fehlt denn noch? Einer fehlt doch noch. Holz. Habe ich dich jetzt nicht gesehen. Durch die neue Spendenkiste da. Warte mal, wir haben... Irgendwie hat ein Dekorateur. Ich habe den gar nicht gesehen. Na gut, dann nehmen wir ja mal kurz die Dekoration in die Hand. Ja, das reicht noch nicht. Habe ich getötet. So ein Arme, ein paar Gedämer. Na, wo seid ihr? Ich habe ein paar umgebracht. Ah, hier. So. Eine Dekoration hat er nicht übernommen. Gut, dann nochmal. Halt, jetzt wäre ich beinahe an Tiergedämmung vorbeigelaufen. So. Den können wir gleich loslegen. Teddy nehmen wir nochmal mit. Sie haben es ja schon ein bisschen beschleunigt. Im Gegensatz zu den alten ist es ein bisschen schneller. Aber trotzdem, jetzt quatschen sie alle querweht durch hier. Das war schlimm. Die Zugsmarkierung muss ich an diesem Ort stehen. Nehme alternative Identität als Fastnachtsteilnehmer an. Hurra. Nicht immer wieder umdrehen. Kommt nach vorne. So. Ist auf diesem Server wieder mal das erste. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier nur drei Kröten kriegen. Oder mehr. Mehr wird natürlich schöner. Aber mal schauen. So. Ist auch noch ganz... eins. Hey. Da hinten kommt auf jeden Fall einer. Da kamen mal mehr Kröten als nur drei. Es ist ja mal der Wahnsinn. Es kommen mal Kröten. Ich finde aber schade, dass es jetzt hier nur noch eine Welle ist mit Kröten. Ich vermisse so meine drei Wellen, die wir da hatten. Mal alles soweit vorbereitet. Jetzt können sie auch durch. Ich mag die Musik. Okay. Super Mutanten jagen sich schon wieder selbst in die Luft. So wie es aussah. Hör dich doch. Da bist du. Werde ein guter Kampf. Na denn? Komm rum ums Eck da. Die zerschießen die schon, bevor ich da drauf schießen kann. Na gut. Aber mal kurz alles mitnehmen. Ja, ja. Probe. Der Hund her. Der Hund ist neu. Und ich bin per Woll gewaschen. So. Einmal noch. Ach, das habe ich schon in die Luft gejagt. Okay, gut. Wüsste ich zwar nicht wann, aber ich habe scheinbar schon kaputt gemacht. Nee, ja. Gut. So. So, dann wollen wir gucken, was kriegen wir denn heute schönes. Außer Eichhörnchen. Wir kriegen mal Gegner. Ich glaub's nicht. Natürlich. Jetzt weiß ich auch, was ich gekriegt hab. Falsche Waffe. Jetzt rennt er schon wieder 10 Kilometer weit weg. Bleib mal hier, mein Freund. Hab ich Dings nicht mehr drinne? Nein, ich hab Dings nicht mehr drinne. Mhh. Weil ich weggeschleudert worden bin. Ah, nein. Okay, das war Mist Play. Ich dachte, ich hab noch Anfeuern drinne. Ah, das war Mist. Ah, verbrennen wir mal kurz. Also wenn ich jetzt nichts Gutes krieg, dann war es auch mit Absicht. Ehi. 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 Das war jetzt wirklich böse. Das war jetzt wirklich böse. In der Stadt geht es zu viele Bärenstocken. Ach, mich sowieso. Warum hab ich jetzt hier inspirierend drinne? Ich hab doch gewechselt gehabt. Oder hatte ich wieder umgewechselt und hab's vergessen? Bestimmt. Naja, gut. Gab wenigstens trotzdem noch Würstchen und Co. Aber, naja. Gut, dann machen wir jetzt hier einmal kurz wieder kaputt. Und dann legen wir erstmal los, dass wir mit dem Rest weitermachen. Ei, das war ja jetzt wirklich doof von mir gespielt. Ah, da ärgere ich mich über mich selbst ein bisschen. So, aber jetzt erstmal Hundefutter fressen. Dann haben wir noch leuchtende Kreaturen, Brettspiel und Skillrang. Ja gut, Skillrang müssen wir ja auch noch machen. Was nehmen wir denn da? Komm, ich nehme mir einfach jetzt hier irgendwas wieder raus und erhöhe die jetzt einfach mal. Halt, ich habe hier noch Lups. Ein Dreier. So, noch einmal und noch einmal. Fertig. So, ist das episch auch durch. Ansonsten jetzt noch Brettspiel. Okay. Treppe bauen in Werkstätten oder Camp und leuchtende Kreatur. Brettspiel. Weiß, dass da unten Brettspiele waren, aber ich weiß nicht mehr wo. Gut, ich gehe jetzt erstmal Oldschool Spot. Oldschool Spot geht auch. Da haben wir auch gleich eine leuchtende Kreatur. Das wäre jetzt alles in ein. Und da hätte ich dann auch mehr als genug Brettspiele. Da bräuchten wir nur noch irgendwas im Camp machen und dann passt das. Ei, ei, ei. Da haut mich der blöde Teufel weit weg und ich habe noch den falschen Perk drin. Ah, es ärgert mich gerade. ein klein wenig. So, jetzt haben wir leuchtende Kreatur. Jetzt haben wir ein paar Ghule mal gemacht. Und jetzt gehen wir uns nochmal die Brettspiele holen. So, dann mach auch hier. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Brettspiele. Ich denke mal, das sollte herausreichen an Brettspielen. Zwei Stück brauchen wir ja nur. Und brauchen das Ganze ja dann nur noch einmal verwerten. Wunderbar. So. Bums. Haben wir das auch fertig? Ähm, jetzt bräuchten wir nur noch irgendwas. Ein Bauebett oder Tisch. Ja, komm. Ich gehe heute mal in mein eigenes Camp. Baue da mal kurz einen Tisch hin und dann... Oder ein Bett. Und dann war es das. Und dann reiße ich das gleich wieder ab. Kann ich auch gleich nochmal alles leer machen. Dann könnten wir nämlich noch einmal kurz in die Daily Ops hopsen. So, und ich habe dich jetzt eine ganze Weile nicht leer gemacht. Du hast jetzt schon 13 und 7. Du kriegst ja immer mehr dazu. Irgendwie... Ich weiß nicht, was das Maximum ist von dem Ding. Immer noch nicht. Und das läuft hier schon eine ganze Weile. Also es braucht definitiv länger als 20 Minuten. Die meisten der Dinger hier brauchen halt nur 20 Minuten, dann sind sie voll. Dann kann man sie absammeln und das ist gut. Ach, was will ich jetzt Mais und Co absammeln hier? Weiß ich auch nicht. Aber bei dem Ding, ich weiß nicht, hat produziert und produziert, aber wird auch immer weniger. Also die Produktionsrate von dem Ding ist nicht wirklich der Bringer. Zumal man kriegt mehr atomaren Müll als alles andere. Und von daher... So, jetzt brauchen wir erst mal Bett und Boden. Bett auf dem Boden. Bett, Bett, Bett. So, machen wir hier mal. bei Schlafsäcke stapeln und dann ist das auch fertig. Jawohl. Hat es sogar noch für ein Level abgereicht. Das sah ja fast so aus. Gut, dann ist das auch soweit fertig. Was haben wir dann in der Daily Ops? Wir haben verbrannte Tarnung explodiert. Okay, Tarnung und explodiert. Nicht so weiter schlimm. Na? Ich wollte gerade sagen. Willst du mich da nicht reinlassen? Verbindungsgerät. Heißt, wir werden ein paar Stimpacks brauchen. Aber nicht so schlimm. Sollten wir hinkriegen. So. Hier spricht Dodge. Ich habe den Kontakt zu den Verbindungsgeräten in der Gegend verloren. Kümmert euch darum. Zuerst muss der Verstärker repariert werden. Er dürfte ganz in der Nähe sein. So, ich habe jetzt eine Quantum gekriegt. Bin glücklich. Mehr brauche ich nicht. Wunderbar. Die Signalkalibrierung läuft. Das Signal ist schwach, aber ab und an. Habt ein Auge. So. Dann sollen sie mal kommen hier. Auch wenn ich euch nicht sehe, in die Luft springen kann ich euch trotzdem. Seh dich. Für sowas ist es eigentlich angenehm. Entweder Sprengstoff, den man selbst gut übersteht oder ein Tesla. Beides immer sehr, sehr angenehm. So. No. 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 Nee, ist immer noch keiner. Kommt, meine kleinen Verbrannten. Kommt. Habt ihr schon gehört? Böses Hundi. Böse Grille. Ach, hier unten warst du. Ah, ich höre euch kappeln. Das bringt euch nichts. Böser Hund. Erste Signalkalibrierung abgeschlossen. Wir brauchen aber beide. Geh zum zweiten Verbindungsgerät. Dann holen wir uns mal das zweite Gerät. Nein, guck mal, vielleicht kriegen wir ja hier in der Daily Ops heute nochmal einen besseren Bauplan. Zweite Kalibrierung gestartet. Schon besser. Du bleibst in der Nähe und bringst den Auftrag zu Ende. Da wollte er sich in die Luft jagen von mir hier. Schlimm. Böses Hundi. Eigentlich könnte ich mich ja hier mit dem Rücken zur Wand stellen und dann sehe ich sie sowieso kommen. Braucht nur noch Vorheiten. Na, noch jemand? Habt ihr schon gehört? Böses kleines Insektum. Oh, nicht getötet. Jetzt aber. Ah, Hälfte brauchen wir noch. Okay. Na. Man sieht sie halt kaum. Können wir eigentlich sogar einfacher machen. Das sind doch eigentlich lebendige Gegner. Mal sehen, ob man die überhaupt noch sieht. In der Schneelandschaft. Naja, ein bisschen. Ein bisschen mehr. Aber durch die Explosion sehe ich sowieso nichts. Nicht hoch genug. Jetzt war ich voll Treffer. Also Insekten hätten wir heute mehr als genug gemacht. Muss mich doch nicht gleich hauen. Aber das war's noch nicht. Ihr müsst euch da einige Aktivitäten mal näher ansehen. Seid vorsichtig. Na, lass mich hier durch. Aber ich wollte mich nicht laufen lassen. Ihr nähert euch den Feinden. Greift ruhig an. Mal sehen, ob wir ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Na ja, jetzt ist Tarnung hier sowieso hinfällig. Da man die Rauten sieht. Böses Hündchen. So, wo haben wir noch eine Raute? Da haben wir noch irgendwo eine Raute. Der hat aber schon wieder keine Lust zu laufen. Da haben wir dann in der Wand wieder gespawnt. Ja, deswegen kriegen wir den auch nicht. Hahaha. Mann, gut, dass wir Nuka-Cola-Granaten haben. Und 29. Was soll ich denn in dich ran... Ah. Der ist nicht in der Wand gespawnt. Oh. Gott, 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 Gott. Na, jetzt müssen wir mal Gas geben hier. Der war noch weiter hinten. So, jetzt komm mal her hier. Jetzt fängt er auch noch von mir weg. Also, heute ist er richtig gut los. Verbindungsgeräte sind entscheidend für Appalanchias Sicherheit. Ich glaube, ich muss mal wieder unbedingt duschen gehen. Ich glaube, ich stink schon wieder oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Heute läuft halt nicht so gut. Also, gleich wieder ins Bett gehen am besten. Tag ist gelaufen. Passt. Naja, gut. Egal. Gucken wir mal. Was haben wir denn an Bauplan gekriegt? Aristokraten-Torso. Leider nur zwei Sterne. Schade. Somit ist das wieder nichts. Und ja. Neonshit geöffnet. Okay, wir gehen heute definitiv gleich wieder ins Bett. Wir lassen den Tag heute so sein. Ich glaube, heute wird nichts. Weder zum Zocken noch irgendwas anderes. Heute ist einfach nur falscher Fuß aufgestanden und dann passt das. Loot Glück hatten wir auch nicht. Also, nimm mal weg. Machen wir weg. Ist in Ordnung. Gut. Denn vergessen wir mal ganz schnell diesen Tag. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein. Und bis denn. Schmelz.